So, hier auf der Bühne geht es jetzt weiter mit den Karma Surfers, gibt es schon seit über zehn Jahren und eine wahrhaft internationale Band, Gütersloh, Bielefeld, Mallorca. Also, deswegen könnt ihr euch nicht ganz so oft treffen, haben sie dir eben erzählt. Es wird also ein bisschen Sessionartigen Charakter haben. Sie haben sich trotzdem schöne Sachen schon überlegt, die Zettel liegen hier. Es geht los mit Slow Jam, kann ich euch verraten. Also, ich wünsche euch viel Spaß mit den Karma Surfers. Ich wünsche euch viel Spaß, das ist auch viel Spaß, wie ein Bühner, und was ich, wir haben. Also, ich wünsche euch viel Spaß, die ich euch jetzt sehe hier. Ich wünsche euch euch ein paar Minuten, was ich sehr viel Zeit. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.